so hallo lieben ja wenn das wieder rauskommt ist gerade läuft gerade noch ein paar stunden wahrscheinlich die 28 grad aktion bei uns also dem code 28 28 prozent auf einmal eine kurse nur für ein paar stunden samstag sonntag eigentlich geht es bis 18 uhr vielleicht verlängern das noch ein paar stunden also holt euch das gerne noch und wir mal wieder eine schöne mail hier so und zwar geht es um glaubenssätze kann ich rausfinden ob welche glaubenssätze ich habe hallo christian ich hätte folgende fragen wie findet man seine eigenen negativen glaubenssätze mit sicherheit habe einen kurs von dir bereits gemacht und das buch von chevy stahl angefangen aber ich finde es teilweise echt recht tiefen psychologisch was sie damit meint bei allen möglichen glaubenssätze diese vorgeschlagen werden denke ich ach ja das könnt ihr auch passen ja letztlich ich war da kann ich keinen kopf reingucken also letzten endes ja muss man da weil sie selber gucken meine empfehlung ist ich weiß auch nicht welchen größer gemacht dass du mir sehr hauptsächlich teil der glaubenssätze kurs und im modul 2 ist da natürlich auch einiges und ich empfehle halt immer so sich ganz viel sich mit sich selbst zu beschäftigen tagebuch schreiben jeden tag so ein bisschen innenschau zu halten und sozusagen sich selbst beim denken zuzugucken und das was man immer wieder sieht so so gedanken die man denkt wie zum beispiel du bist du dämlich was man zu sich selber sagt oder so einfach festzustellen aufzuschreiben und aus diesen aufgeschriebenen sachen dann ja weiter zu machen und kernglaubenssätze zu finden aber gut ich kann jetzt nicht alles was man meinen kursen das kann ich jetzt nicht ausführen aber so grundsätzlich ja es ist ich meine die arbeit kann einem keine abnehmen das ist so das ist überhaupt diese ganze liebeschiff arbeit also ich kann da immer nur den weg aufzeigen der meiner sich nach ja sehr großer wahrscheinlichkeit zu dem wünschen erfolg führt wenn man aber es erfordert eigene arbeit und ja so und es ist also ich kenne das ja auch dann man weiß eigentlich was man machen muss was weiß ich mehr dies mehr jenes und wie bei sport auch und macht es dann trotzdem nicht mehr und dann kriegt man halt auch nicht die ergebnisse so ne und insofern ja wir wollen alle mal so pille haben die uns ich weiß nicht ob du das haben willst aber viele wollen halt diese pille haben obwohl du schreibst das glaube ich auch später und ja die das alles löst aber die gibt es halt nicht aber ob das tatsächlich so ist weiß ich nicht ich erkenne zwar schon viel und arbeite in den verhaltensweisen aber würde trotzdem gerne mit sicherheit sagen können dass dieses und jenes meine innerlichen negativen überzeugungen sind um sie dann ins positive überwandeln zu können ja sicherheit gibt es sowieso nicht viel im leben aber ich meine wer soll das sagen können wenn nicht du welche gedanken du so ganzen tag der engst wer sollte das sagen bildlich gesprochen ich bin ein see und sehr an der oberfläche ganz deutlich müll da nicht hingehört und den ich fleißig rausfische koabhängigkeit schwächen zoom und diverse andere trägerpunkte ja ich meine wenn man erstmal anfängt aufzuräumen das hätte sowieso nie auf deswegen also klar man soll da seine energie reingeben aber natürlich muss das leben irgendwie weitergehen ich meine mir fallen auch immer noch sachen auf die ich so denke und und werden sowieso nie fertig ne also man nimmt sich halt einen gewissen teil seiner zeit und in manchen lebenssituationen eben mehr zeit eine innere exploration zu machen an sich zu arbeiten aber ja und zwischendurch geht man halt tauchen kalzer auf den snowboarden oder was auch immer du machst und ja geht das leben weiter ne so ist es dazu setze ich noch ein paar hübsche goldfische und seerosen so dass ich den see trotz ein paar unschönen plastiklüten gut finde selbst fliegen und so ja aber dass das sage ich sowieso immer man versucht die ruine die manchmal die eigene psyche ist ja schön auszubessern aufzubauen aber gleichzeitig baut man eigentlich sofort nebenan ein neues haus weil du kannst die ruine kriegst du nie ganz in ordnung ist ja auch nur so ein bild das sage ich zur beziehung auch immer wir wenn ich parterrappe mache wir wir kümmern uns um die sachen die nicht gut gelaufen sind wir versuchen aber gleich zum gleichen sind sofort von stunde eins wieder eine neue positive beziehung aufzubauen nicht nur immer auf dem alten so ne also das ist sowieso ganz normaler prozess nur hört das mit dem müll der an die oberfläche kommt nicht auf so als ob da ein abfluss vor rohr mitten im see führt für das ich keinen deckel finde oder wenigstens ein netz naja das ist ja der sinn der sache dass die sachen an die oberfläche kommen sonst kannst du sie ja nicht bearbeiten also eigentlich alles gut würde ich sagen also was soll ich sagen also was ich sagen will ich habe schon viele verhaltensweisen geändert stehe für mich ein beweise trennungskompetenz reflektiere vielen trotzdem habe ich das für das gefühl dass ich nicht komplett hinter meine eigene fassade blicken können naja wir können das schon von sich sagen das ist ja komplett aber du müsste ich und das ist doch gut also ich meine machst du es vielen menschen würde man es wünschen dass sie das mal machen und wie gesagt der prozess hört nie auf man fängt an erst mal seine opferthemen zu sehen und dann fängt man irgendwann an seine täterthemen sich also täter in anführungsstrichen aber wo man vielleicht auch sachen drauf hat die vielleicht anderen nicht gefallen das guckt man sich dann später an und natürlich gibt es da viele blöde flecken ich weiß nicht ich glaube nicht dass wir jemals alle auflösen aber ja sind halt alle nur menschen alle 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 von ja von wirklich die ganze range und für keiner kann aus der nummer raus auch keinen zen meister keinen papst kein politik also kein könig niemand kommt aus der nummer raus dass wir alle fehlbar sind irgendwie so ich fühle mich leider gottes entweder zu minuspolen angezogen die ich dann schnell wieder verlassen oder von pluspolen bei denen ich dann irgendwas finde was mich nervt ja also auch das ist schon eine großartige erkenntnis dass man eben es einem nicht nur mit minuspolen nicht gut tun sondern krasse unaufgelöste pluspolen tun einem auch nicht gut die trägern auch total an und deswegen sucht man bindungssichere menschen und die wird man nur finden wenn man selber an seiner bindungssicherheit arbeitet so ist das und die wird man vor allen dingen nur hot finden wenn man selber an seiner bindungssicherheit arbeitet so zweite frage ich weiß ja nicht wie es in der community ist aber ich finde vor allen dingen männer attraktiv die eine gewisse dominanz im bett aufweisen ja also kommt eine frage hängen sexuelle vorlieben auch mit dem liebeschiff zusammen also sexuelle vorlieben sind natürlich bunter strauß von sachen wo man gar nichts ändern kann die irgendwo weiß ich nicht ob das jetzt dann genetisch epigenetisch wie auch immer das genau ermittelt wird aber ja gewisses set mit dem man dann zurechtkommt was so präferenzen angeht und dann natürlich werden ja auch vom liebeschiff oder liebeschiff ist ja auch eine ansammlung von sachen die man seinem leben erlebt hat überarbeitet ne und was jetzt was ist ja da habe ich auch keine glaskugel aber dass frauen jetzt männliche polarität gut finden das ist sicherlich keine überraschung das heißt natürlich nicht immer dominanz im bett aber ja ich glaube da bist du jetzt nicht allein mit sage ich mal so ich weiß jetzt nicht was du genommen dominanz meins ich finde es halt immer nicht so gut wenn das was heißt gute so überhaupt keine bewertung aber ich denke mal es gibt halt sexuelle praktiken die füttern zu sehr den schmerzkörper wenn das zu sehr bdsm richtung geht aber mein gott wer das machen will und das auf eine saubere weise macht finden halt das ist was einen antört man findet jemand der das auch machen will aber der welche mal so ein bisschen vorsichtig sex ist einfach eine krasse kraft und wie alle kräfte kann man die so oder so nutzen kann man für für spirituelle zwecke nutzen oder für echte liebe nutzen oder man kann es nutzen seine seine toxische liebessucht auszuleben sobald ich merke da sind keine machtspielchen involviert finde ich den sex langweilig gut ich weiß nicht was ich gesagt also keine ahnung aber ich jetzt aber nicht sagen dass es nicht mein liebeschiff zusammenhängt also ich glaube schon dass man wenn man seinem liebeschiff arbeitet dass man versucht ein stück weit aus dieser ganzen chemischen gefühlschicht geschichte ein bisschen herauszukommen einfach merkt ja da bin ich ein bisschen addicted das kann also viele liebesüchtige menschen natürlich so ein bisschen sex addicted auch manchmal nur zu einer person das muss jetzt nicht so eine allgemeine sex sucht sein und ja wenn man dann noch ja sich viel engagiert in versöhnung sex und achterbaren beziehungen und dann vielleicht noch ja also diese wenigen guten momente die man vielleicht in toxischen oder achterbaren beziehungen hat dann einhergehen mit irgendwelchen krassen dates wo man vielleicht sachen erlebt die man vorher nicht erlebt hat ja das ist natürlich cool aber wenn das dazu führt dass man toxische beziehungen führt das ist den preis nicht wert fertig aber da muss jeder also das habe ich auch neulich mit dem clienten durchdiskutiert also dass ich kann da niemandem die entscheidung abnehmen wenn 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 jemand sagt oder auch nur unbewusst sagen muss ja gar nicht laut gesagt werden aber wenn jemand durch sein verhalten sagt verdammt nochmal mir ist dieser toxische abgedrehte crazy sex ist mir einfach wichtiger als stabile beziehung eure entscheidung mir völlig wumpe jeder macht was er will und ich glaube müssen alle nur verantwortung übernehmen dafür muss man sagen ja ich habe ich eben keine festen beziehungen weil es mir einfach wichtig fertig versucht man es trotzdem ethisch sauber zu machen wenn du dann mein hast wo das passt alles gut und aber gut jetzt letzten endes welchen teil von beziehungen du jetzt wichtiger nimmst ist deine sache oder ändert sich das noch wenn ich nicht in die richtung 0 rücke kann jetzt nicht sagen aber ich glaube es geht eher darum wenn man richtung 0 geht und das auch lebt dass man nicht so sehr auf diese ganze chemie guckt also wirklich manchmal jetzt wirklich diese chemisch diese ganzen das ist ja nicht nur sexe ganzen stresshormone die angst und also wenn man da das glaube ich schon erforderlich sich da ein bisschen zu distanzieren sobald ich merke das sind also das haben wir schon kann ich mir das aktuell nicht vorstellen dass ich sex gut finde wenn es blümchen sex ist also muss ins sicheren beziehungen kein blümchen sex haben absolut nicht aber als muss man ganz klar sagen wenn du sagst ich hätte gern diese ganze toxic der ganzen toxischen scheiß irgendwie in dieser achterbahn und drama und und dann gleichzeitig sagst ich hätte gern eine ruhige sichere beziehung also sorry das passt nicht zusammen muss ich ganz klar sagen dann finden eine entscheidung das war schon würde ich mich freuen wenn du ein paar denkanschlüsse hast ja gönnt euch mit den kursen ich hoffe wir sehen uns auf irgendeiner veranstaltung liebe schipati lesung jena hamburg liebe schipati in berlin bootcamp murnau hamburg vielleicht sehen wir uns irgendwo würde mich freuen kann man wieder kontakte gebrauchen zu der community und ja hoffentlich sehen wir uns dann recht bald wieder und vielleicht sehen wir uns auch ich wollte jetzt 19.30 sonntags immer auf instagram live gehen und twitch gibt es ja auch wieder apropos twitch wir bereiten mal wieder lustigen bunten abend vor könnt ihr euch schon drauf freuen